Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ein kurzlebiger Frieden. Die Quest ist einfach aufgeploppt, nachdem ich auf dem Beta-Server hier einfach mal eingeloggt bin. Weiss jetzt nicht, mit was die zusammenhängt. Nehm sie einfach mal an und begebe mich nun nach Sturmwind. Das mache ich mit meinem Umhang der Koordination. Ist völlig egal, wie ihr euch nach SW bewegt. Könnte sein, dass es der Priebertschiss zu W.O.W.B.F.A., also zu Battle for Azeroth. Umhang wieder tauschen. So, nun darf ich in die Burg Sturmwind. Das ist die ganz normale Welt. Könnte also auch fliegen. Sollte jeder haben. Ansonsten einfach den Wegen folgen. Und so kommt man auch in die Burg. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben. Bei Anduin drin. In Sturmwind. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch gefällt. Willholfen. Ciao.